da sind wir wieder am checkpoint wir sind jetzt einfach durch die kanalisation zurückgelaufen solange dass man nicht raster sind die gegner responsen und natürlich noch die sie übersehen deswegen kommen ja zurücklaufen formator also diese nebelwand durchschreiben schauen wir uns der checkpoint ob wir hier eventuell oder was uns hier erwartet hier scheint aber auch noch mal ein checkpoint zu sein und auch noch von den von den zartkriegern und kisten jeder menge klasse schauen wir jetzt ja gute idee müssten wir auch mal ausgeben liegt da noch was irgendwo route 66 schöne anspielung oder so würde ich mir also was wünschen dass da mal ein bisschen was liegt so hier aha scheint aber doch noch warum denn checkpoint die hake motor tür klasse wieder von der anderen ok immerhin jetzt ist halt die frage müsste man raste kann man das gebiet als erledigt betrachte weil wenn ich nicht raste hier dann ist der checkpoint nicht frei das ist blöd dann habe ich dann auch nicht dabei gut aber wie soll ich wie ich mach jetzt war aber wohl noch moment ich habe noch ein bisschen munition oh frisch frische starbe selber irgendwas muss es geben ring oder was dass man die scheiße da als kitsch dass wir da nicht immer warten muss da könnte die gegner sich nämlich formieren finde ich nicht gut kristalle habe ich jetzt auch genug also einige wissen nicht will dass man braucht um waffe hoch zu rüste ist es jetzt noch ein gläseres gebiet ach du scheiße das wird noch gräser ja okay das geht nach unten er ist zu weit er kann der und um die eckmacher ja das ist ein paar mal fritz staub hat die durch mal europäische früste da ich weiß ja nicht wie viel waffe dass es noch gibt das war über ja ob du noch mehrere waffen gibt dass wir das ganze zeit verpulvern die hutschen ganz schön was drauf ein bisschen mehr munition wenn nicht schlecht munition auch im spinn wir stehen einfach spinn der im freier ja ich bin die richtige richtung auf der anderen zeit wir alle was gewesen ach so das war das tor oder eine zauber die kümmer dann wahrscheinlich so also rum ich hoffe dass kein bus nebel ist hätte mir jetzt weh was habe ich denn jetzt vorkommen aha aha da ach gut gleich wäre da da dann Ach komm her! Ach so, der springt immer wieder runter. Das ist dasselbe. Das kann er noch eine Weile machen. Aua. Gleich eine Deckung suchen. Die roten. Das ist halt blöd hier. Der lebt noch. Das habe ich gar nicht gesehen, dass der da hinten drauf stand. Ich habe keine Kugel mehr. Farmo gibt es da. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Scheiße, ich habe keine... Jetzt habe ich wieder... Hey, hör auf. Ach, jetzt wache ich dann. Okay, gut, dass ich es nicht genommen habe. Okay, fünf Stück. Ja, das war ja übel. Auf allem auch kriegen wir jetzt... Das ist mal mit der Handknarren durchgekommen. Geht nicht. Ich kann doch nicht mehr jetzt. Das ist ausgestaubt. Ich kann sich was sehen, da neben neu zu schauen, ob da was liegt. Ob da was bereit liegt, an Munition eventuell. Da hier... Nebelgänger abklappern ist gar nicht verkehrt. Bringt aber nichts. Aber irgendwann haben sie was versteckt und dann... Hät man jetzt auch nicht durchgekommen, ne? Die Frage, ob das sinnvoll ist. Den Fall, ne? Ja. Ey, jetzt habe ich noch Scheiße. Aha. Wird wahrscheinlich so, also rumführen. Ah. Oh. Oh. Oh, was bedeutet das jetzt? Okay, gehen wir mal durch. Was uns dahinter erwartet. Okay, noch ein Checkpoint. Scheiße, jetzt wird es aber kritisch, ja Freunde. Jetzt habe ich... Hof der Asche. Ich würde sagen, ich mache ein Schwunggrad. Jo, mach das. Hallo zusammen, da sind wir wieder, jawohl, nochmal zur Brandwunde, äh, Brand... ...Brandfleck. Ich habe ein bisschen gelevelt und... ...hoffe, dass das jetzt ein bisschen, also ein wenig besser klappt. Ja, warte, 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 warte. Was getrunken? Nee, ja. Boah, du trinkst ja so langsam. Boah. Verschwind. Oh, Nachlade. Wow, was fliegt denn der da rum jetzt? Ach du Scheiße, ja. Im Laufe hab ich's nicht so, ja, mit dem... Ah, fuck you, nehm noch so Ding, nehm doch mal noch so Ding, du... Weg doch, bleib aus dem Feuerhaus. Gibt's das? Sag mal, bin ich da in einer Falle oder was? Lauf doch mal! Trink! Lauf doch, mein Mädchen! Hab ich schon gefüllt, ja. Wo ist er? Und genau neu geholt. Hopp, du hast noch ein Schaf! Auf! Yo! Weg! Mach mal ein bisschen Feuer ab, weine! Nachladen! Hopp, wir haben noch ein Schaf! Wo? Wo kommt der da? Wow! Scheiße, noch Lade! Alter, noch Lade! Was ist noch geladen? Alter! Alter, noch Lade! Wow! Nehmen noch, komm! Noch Lade, Alter! Hopp, wir haben gleich! Drei! Yeah! Yeah! Oh, tausend! Das war übel, ja. Das kannst du laut sagen. Neuer Gegenstand, loderndes Herz. Wow, 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 wow! Eigenschaft freigeschaltet. Schnelle... Schnelle Finger? Ja! Erstmal euch sammeln, komm, vorhin her! Das hat sich aber gelohnt, nochmal das hochleveln. Dann andere Gegner gemacht, denn... Wie hat der geset? Ähm... Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Naja, egal jetzt. Banditenlager, Banditenboss war das. Boss der Banditen. Aber das habe ich auch noch mit... Das war ein Bug. Hab ich ausgenutzt. Da liegt auch noch was. Machen wir das Feuer aus, bitte! Verlassen. Es zieht immer noch, es brodelt und zieht. Ein Feuerlöscher könnte man brauchen, ein Kleiner. Oh, da haben wir jetzt gar nichts in Brand gesetzt. Schade, ne? Ah, da finden wir den Drachen. Der Dragon. Ich muss mich erst umgucken jetzt. Da liegt auch noch was, oder? Nö. Keine Kiste, ich mag doch so Kisten. Mit kleinen Kisten, so... Gas, aha, da steht es ja. Groß und breit. Oh, da liegt noch was. Oh, da liegt noch was. Ich hab da gewiss. Ich übersehe immer einiges. Das ist blöd. Ja, ja, ich weiß. Sieht doch nicht einfach da her. Alles selbe Farbe. Kann man schon mal was übersehe. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Checkpoint. Aha. Ist was drin im Bus? Ne. Sieht nicht so aus. Da kommst du nicht raus. Da kommst du nicht raus, oder? Ne. Alles verrammelt und vernagelt. Das ist noch eine Türchen, aber das wird auch wieder verschlossen sein. Ja. Ja, okay. Jetzt weiß ich aber, was die Munitionskiste habe ich ganz vergessen gehabt. Dass wir die mitnehmen können. Ah, das geht alleine. Ja, ja. Aha. Das guck mal irgendwie bekommen vor. Gut, dann gehen wir mal raus hier. Schwarmstein. Ein einzelnes Leben kann so einfach wie eine Kerze ausgelöscht werden. Ein Schwarm hingegen ist wie ein Inferno. Jepse. Der Turm des Hüters. Aha. Okay, aber das, da brauche ich dann wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Dann mache ich erst mal einen Cut. Dann mache ich erst mal einen Cut. Dann mache ich erst mal einen Cut.